hallo leute und herzlich willkommen zu minecraft ich bin ein bisschen krank aber das egal also vielleicht dreht ich heute nicht so viel aber wir bauen hier direkt weiter wenn es wichtig weißt du nicht was wir oben machen ob wir einfach ganz normale blöcke hinbauen denke schon haben wir blöcke dabei ja warte mal hier muss ja auch noch eine reihe hin oder wir müssen brauchen nur treppen und jetzt wird erstmal nacht das heißt wir gehen erstmal zurück und schlafen rund und dann fahren wir hier ein bisschen holz das passt ja warte mal das ist mein timer und zwar muss ich alle 15 minuten zum halsbrief benutzen denn ich habe heißen wir können ja das einfach mal live testen oder in der aufnahme mehr hat man es gehört also ich finde ich finde den ding ist gar nicht so ekelhaft schmeckt so relativ gut ja hier holz haben wir wirklich keins mehr also nicht eichenholz und wie viel kies haben wir denn da also die man hier machen ich wollte das eigentlich oben machen eine axt können wir vielleicht mal noch kranken wir haben eine axt alles gut gut dann gehen wir jetzt mal schlafen erst mal schlafen so perfekt ähm und ja jetzt gehen wir mal ein bisschen bäume fällen also wie seht der denn aus also der hat einen verzaubernden bogen läuft der lost doch schade haben wir den nicht bekommen das wäre jetzt geil gewesen wirklich geil wir fahren hier erstmal kurz das holz ab dann pflanzen wir das natürlich instan wieder nach das ist ja klar die saplings sehen noch geil aus naja hier ist irgendwo ein zombie das passt stimmt sticks bekommen wir jetzt auch so eigentlich wollten wir auch noch mal das haus da oben fertig bauen aber naja keine ahnung wann wir das machen werden ist ja auch nicht so dringend eigentlich ja sehr spannend halt auch wieder meine oh gott was will man machen leute was will man machen wir müssen das jetzt mal wir müssen das jetzt einfach durchziehen diesen schwierigen zeiten wo wir kein holz haben komm her so ok hinten ist noch ein apfel den nehmen wir natürlich auch so weil das gar nicht sollen wir doch eine reihe nehmen doch schon wir machen einfach mal ich weiß gar nicht was wollen wir als nächstes machen ist so ein bisschen meine frage muss ich mir noch ein bisschen was überlegen was wir als nächstes bauen könnten ich meine da habe ich ja jetzt genug zeit so äh ist das richtig ja ok passt dann kommt das glaube ich hier das hier und jetzt haben wir ein sublink zu wenig toll naja geil ach du oben ist einer warte mal so vielleicht werde ich auch noch mal gucken wie das ist wie es mir geht hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen mario kart aufnehmen das einfach sonst noch hochladen ja irgendwie keine ahnung irgendwas anderes irgendeine straße oder so ja ich glaube wir haben jetzt hier alle bäume wieder angepflanzt den können wir jetzt eigentlich wieder verpisten ja genau so stimmt das haus da oben ach stimmt wir wollten in dieser folge ja nicht pichten weil das ist ja scheiße hoffentlich vergesse ich nicht nächstes mal wo ich aufnehme die können wir jetzt level 30 machen oder ja auch nur 2 das wäre geil das die erschwert aber wir brauchen level 30 das bin doch ein bisschen zu low aber ich denke das geht auch nicht mehr so lange wenn wir level äh weiß ich sind ja ups ja das passt glaube ich 7 7 bereichen also 28 20 nice gehen wir mal wieder zu der hütte sieht aber irgendwie auch gemütlich aus so da oben so ganz riesig das hier möchte ich auch mal irgendwie noch ein bisschen ausbauen und so ein dach machen weil das sieht ein bisschen komisch aus stimmt hier wollten wir auch noch einen balken rein machen da ok dann ach wir haben ja noch holz das passt so sieht halt einfach besser aus das müssen wir aber danach auf der anderen seite auch noch machen also wir kommen hier hoch so passt doch sieht doch schon viel besser aus eigentlich müssten wir jetzt hier auch noch richtigkeits halber machen wir das noch kurz da nehme ich auch und hier hinten auch so ach komm so ok warte mal der muss noch weg ich sehe noch 2 rein also warte mal ja wir haben es geschafft let's go so oh hier habe ich auch ein bisschen verkackt na egal wenn man so passt nice ok mein Licht brauchen wir vielleicht noch ein bisschen wir das Licht noch hier und hier ja das passt schon ok ist oder wollen wir den nach oben bauen oder so ich glaube wir bauen den hier so und hier eine kleine treppe oder so zwei breiten machen wir das auch mal zwei hier hier dann gucken wir mal ähm was ist das so oder wir könnten zwar jetzt habe ich zu wenig stein dann ist das hier so aufgefüllt aber ich weiß nicht diese hinten braucht sie eigentlich nicht so und dann irgendwie so dann ja passt doch jetzt muss ich aber noch ähm tatsächlich ein holzwein also holzbretter ok ja ich glaube das passt so dann machen wir im fri hinten irgendwie eine trip nach da oben vielleicht auch mit slabs einfüllen ja irgendwie so dann und hier halt noch stein oder so ja wir werden es ziehen wir lassen das erstmal so ja den hier könnten wir vielleicht zwar auch durch den Slab ersetzen ja dann braucht es den hier nicht mehr so ja sieht doch schon mal ganz ganz nett aus ich nehme noch kurz das Zuckerrohr mit können wir gleich vielleicht noch ein bisschen Lücher craften nur Bläder haben wir eigentlich genug ok ich glaube wir haben alles ja sollte passen unsere coolen Schafe Hühner und Erde wollte ich grad sagen äh Kühe und Spanien natürlich auch so ok ähm was ist das denn? also Steinziegel hm sollte ich machen Bücher ok Holz haben wir ja noch und Leder haben wir auf jeden Fall noch Bücher Leder hier ist Leder 10 naja immerhin hier haben wir keines mehr ok dann müssen wir hier noch Zuckerrohr nehmen dann gehen wir mal ein bisschen craften so ja passt ups ah seht ihr jetzt haben wir wieder 8 Bücher plus nice also läuft ja es muss ja auch ich will es ausfüllen auch wenn es eigentlich schon reichen würde es sieht halt einfach besser aus wenn ich hier vielleicht Sticks noch reinmachen dann saplings weil eben nicht ich nehm ich nur 1 mit weil wir können ja eh nur 9 Alter was ist das? Wolltkücken? Ender Pelten? ah sieht krass aus ähm ok dann hier noch ein Pfeil Aspektiv 2 dann können wir hier noch hier noch Erde rein machen dann ein bisschen Cobblestone wir haben ja fast keinen Cobblestone mehr ok krass so so hier kommt das und das und das rein hier kommt noch der Rest ich glaube das reicht für die Bücher dann die Äpfel kommen hier rein alles zu zu Zuckerrohr kommt dort rein so gucken wir mal ja das reicht ja schon perfekt ok immerhin 3 Bücherregale und das ist ja noch jede Nacht ok ja sieht doch schon besser aus eigentlich könnten wir die ach ne wir haben oh scheiße erstmal dann ich wollte die ja auch hier machen dann weil das hier sieht man auch sind gar nicht ach so dumm warte mal naja egal haben wir noch genug Holz so Leute 2 sind sie so noch Verbrennung ok ein Spiel ok Leute das möchte ich sagen das war's mit dieser Folge Minecraft bis zum nächsten Mal Leute ciao oh oh Outro